So, dann ist das auch abgeschlossen. Tja, dann gucken wir mal, wie man hier eine vermissende Person sucht. Fahrzeug 48 hört! Fahrzeug 41 hört! So. Helikopter. Keine Ahnung, wie sucht man hier eine Person? Vielleicht brauchen wir auch sowas. Ich glaube, die können wir ein paar nichts machen, ja? Festnehmen oder ausschalten und abtransportieren. Und kümmern sie sich um alle Opfer. Fahrzeug 40 hört! Fahrzeug 40 hört! Gut, dann schicke ich die wieder da hin. Fahrzeug 14 hört! Fahrzeug 5 hört! Fahrzeug 37 hört! Da! Fahrzeug 21 hört! Fahrzeug 14 hört! Zum Glück direkt hier vor der Feuerwache! Zum Glück direkt hier vor der Feuerwache! So, Abschleppfahrzeug! Fahrzeug 17 hört! Fahrzeug 17 hört! Fahrzeug 17 hört! Fahrzeug 17 hört! Fahrzeug 37 hört! Ja! Der ist da! Da! Können die irgendwie was suchen? Braucht man da nicht irgendwie Hunde für oder sowas? Bombenalarm! Der Bombenleger ist auf der Flucht! Festnehmen und abtransportieren! Und löschen sie alle Brände! Und kümmern sie sich wenn nötig um die Opfer! Da! Ah! Hm! Dann braucht man den doch gar nicht! Fahrzeug 6! Ja! Was brauchen wir? Achso! Bombenleger! Ja! Dann brauchen wir das da wohl! Dann brauchen wir das da wohl! Ah! Vermisste Person ist schon fehlgeschlagen! Fahrzeug 7! Okay dann! Gehen wir den mal da parken! Aber du hast doch auch so ein Ding ne? Ne! Das ist was anderes! Auch kein Problem! Ich mach das! Und? Ach! Hat funktioniert! Hat funktioniert! Dann setze ich den mal auf die 3! Drei! Fahrzeug 35 hört! Fahrzeug 40 hört! Es wird eine Geiselnahme im Einsatzgebiet gemeldet! Befreien Sie die Geisel! Schalten Sie die Geiselnehmer aus oder nehmen Sie sie fest! Und transportieren Sie sie ab! Vier! So! Wo war jetzt der Geiselnahme? Hier! Okay! Fahrzeug 40 hört! Na dann! Fahrzeug 45 hört! So! Der ist also am schnellsten! Fahrzeug 6! Fahrzeug 41 hört! Vielleicht kann der mal mit ihnen sprechen! Okay! Die wollen ein Fluchtauto haben! Fahrzeug 41 hört! Aber ich hab was besseres! Fahrzeug 41 hört! Ich hab das hier! Ha! Fluchtauto! Ich zeig euch mal wie man flüchtet! Äh! So geht das! So geht das! Fahrzeug 6! Fahrzeug 46 hört! Fahrzeug 46 hört! Fahrzeug 46 hört! Die kommen dann wieder weg! Die kommen dann wieder weg! Na ja! Snacks! Aha! Da drin in der Toilette? Nee! So dem geht's gut! Medizinischer Notfall! Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet! Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab! Fahrzeug 48 hört! Ja! Dann ist das auch abgeschlossen! Hier darf sich nicht widerstaunen! Das wär blöd! Rettungswagen ist anscheinend noch unterwegs! Rettungswagen ist anscheinend noch unterwegs! Fahrzeug 50 hört! Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers! Löschen Sie die Brände! Fahrzeug 50 hört! Fahrzeug 14 hört! Oh, das scheint ein größerer Brand zu sein! Fahrzeug 4 hört! Fahrzeug 11 hört! Ich glaub' da schick' ich einfach mal alle hin! Irgendwie! Da, da breitet sich das schon aus! Das ist nicht gut! Wer hat denn einen Feuerwerkskörper in dem Hotel gezündet? Das ist nicht gut so! Das könnte man also ein paar Rечь pronounce funktionieren! Machzug 15 hört! Ichład 폭 heurt! Gr했다! So machen wir das. Und noch einer dahin. Der bleibt erstmal da stehen. Ja, ich denke mal, das kriegen wir auch gelöscht. Ja, das kriegen wir bestimmt gelöscht. Die wollen nicht mehr oder sind fertig. Können die irgendwie da löschen? Nee. Fahrzeug 14 hört. Okay. Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 10 hört. Ja, schauen wir mal. Ob der da irgendwie mit... Fahrzeug 17 hört. So. Fahrzeug 50 hört. Und da brennt jetzt nicht mehr oder wie? Oh, anscheinend nicht. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugjacks. Ah nee, dann brauchen wir... ...den Führer. Und zwei Rettungswagen. Ja. Der fährt zurück. Da ist der, den wir brauchen. Fahrzeug 12 hört. So. Fahrzeug 8 hört. Ach ja, und zwei Abschleppfahrzeuge noch. So, der kann zur Station. Gut, ich spür da mal kurz vor, weil... Mein ehemaliger Soldat hat offenbar den Verstand verholt. Fahrzeug 11 hört. Hat ein Scheibschützengewehr und schießt damit wahllos auf Passanten. Nehmen Sie den Sniper fest und schalten Sie ihn aus und versorgen Sie alle seine Opfer. So, das müsste erstmal reichen. Fahrzeug 21 hört. Oh. Fahrzeug 21 hört. Fahrzeug 41 hört. Ja gut. Wo ist jetzt das FBA-Fahrzeug da? Die können dann schon wieder zurückfahren. Fahrzeug 27 hört. Die können auf Streife gehen. Der muss den behandeln und der wird mitgenommen. Fahrzeug 49 hört. Ja, man hat es doch ganz gut hingekriegt, es sei denn, die sind noch irgendwo Verletzte, aber ich glaube nicht. Achtung, es wurde ein Ladendiebstahl gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Fahrzeug 39 hört. Fahrzeug 35 hört. R – Ja. olevendiebstahl Vielen Dank.